Er hat einen Abgang gemacht, er hat die Potschen gestreckt, er hat ein Bein gegrissen und sich niedergelegt. Er hat zu den Töpfen von unten geschaut, er hat sich so zu so ins Holzbütt schämen gehalten. Er hat einen Bock aufgestellt, er hat einen Wurf aufgesucht, er hat sich zu schleifen gehn, er hat die Stufel gehalten. Er ist umgestanden, er hat's umgebohnt, er ist ein soames Öl, zum Bedrohsaufel geflogen. Er hat sich abgelassen, wie das so schön heißt, er hat es nachschauen gegangen, ob der Deckel passt. Zuerst haben sie eine Masse dran, mit den Füßen voran, jetzt lacht er sich, steht der Mann und der Hund, die wie ein Mara. Zuerst haben sie eine Masse dran, mit den Füßen voran, mit den Füßen voran, mit den Füßen voran. Kampamehveh.